Wir werden in einer Welt leben, in der die Arbeit verschwinden wird. Dafür gibt es einige Vorboten. Erstens, es wird zu einer Rezession kommen, das heißt, wir werden anfangen, für nichts mehr zu arbeiten. Auf der einen Seite wird Geld seinen Wert verlieren, auf der anderen Seite werden die Preise unglaublich explodieren. Das bedeutet, du arbeitest für 50% weniger Geld. Selbst wenn du den gleichen Geldbetrag verdienst, kannst du dir nur noch die Hälfte leisten. Also, wer will dafür noch arbeiten? Zweitens, mit dem Web 3, dezentralisierten Finanzen, Blockchain, NFTs können heutzutage Kinder, Jugendliche, Menschen, die als Loser bezeichnet wurden, heutzutage Multimillionär werden, indem sie Bilder verkaufen, die richtige Krypto kaufen und damit reich werden. Und wer will danach noch arbeiten? Ich sage dir, Geld ist jetzt überall verfügbar. Es ist überall zu haben. Du kannst es überall verdienen und du kannst es überall schaffen. Nach einer Weile willst du nicht mehr für nichts arbeiten. Die Arbeit verschwindet. Also ist es jetzt an der Zeit, dich auf dich zu konzentrieren. Was willst du tun? Auf was hast du Lust in deinem Leben?